Am erfolgreichsten war die Gabe von Ural Turinapol, wenn man das jemanden gab, der schon am Treppchen klopfte. Ich hatte drei Chemo-Terrogien gehabt und das war das Schrecklichste, was ich erlebt habe. Was ich allerdings auch feststellte, dass sich während der Einnahmezyklen die Hoden verkleinert haben. Ich erinnere mich, dass dann unser Trainer, dass der mal mitbekommen hat, dass wir dies nicht nehmen, dass er uns die dann später in den Mund gelegt hat. Nach dem Motto, Gott, wenn wir es nicht machen, die anderen machen es trotzdem und dann schwimmen wir hinterher. Das war ein bisschen so eine Selbstberuhigung. Über die Moral kann man streiten. Da war ich 13. Die Dosierung wurde dann genau ein Jahr später von siebenmal Testosteron auf 24 Mal erhöht. Ich denke schon, dass wir uns nicht unethisch verhalten haben in der Anwendung der unterstützenden Mittel. Diese Kassette sollte es nicht geben. Nie sollte ihr Inhalt in fremde Hände geraten. Fast 30 Jahre alte Medikamente, komplett erhalten. UM genannt. Unterstützende Mittel. Im DDR-Leistungssport die verharmlosende Umschreibung für das Doping. Für diese Dokumentation werden die Originalpräparate analysiert. Mit modernsten Methoden. Zusammengefasst zu einer einzigartigen wissenschaftlichen Studie. Von unabhängigen Experten durchgeführt. Die hochgeheime DDR-Doping-Forschung. Jetzt reden Ärzte und Trainer über diese Mittel. Deren Wirkung, Nebenwirkung und Zusammensetzung nur sie kannten. Und vor Sportlern und der Öffentlichkeit verschwiegen. Der Aufschwung des Kinder- und Jüdensports, der Spartak-Jahre-Bewegung, ist ja in unserem Land auch nur möglich durch die jahrelange große Förderung durch die Parteien im Staat. Im Sport will die DDR eine Weltmacht sein. Die Überlegenheit des Sozialismus demonstrieren. Dafür sind alle Mittel recht. Die DDR gibt geschätzte 800 Millionen Mark im Jahr für den Leistungssport aus. An der Spitze der Doping-Forschung das FKS, das Institut für Körperkultur und Sport. Koordiniert von der streng geheimen Arbeitsgruppe AGUM. 1974 ins Leben gerufen. Zusammengesetzt aus höchstens acht Medizinern und Wissenschaftlern. Von Anfang an dabei Manfred Höppner und Professor Dr. Hans Gürtler. Ich bin auch da mal aufgetreten. Das weiß ich noch. Das war eine meiner ersten Handlungen, dass Manfred Höppner mich gebeten hatte, über Anabolika als UN zu sprechen. Das war also, wie gesagt, alles 75. Dass ich dann immer noch in seiner Gruppe tätig gewesen sein soll oder anwesend gewesen sein soll, ist mir heutzutage nicht mehr erinnerlich. Die Dokumentenlage sagt etwas anderes. Es ist mindestens eine Aktennotiz wert, wenn er mal fehlt. Unterlagen weisen Professor Gürtler bis 1983 als Mitglied der Arbeitsgruppe aus. Zudem ist er für die Staatssicherheit ein Geheimnisträger. Die AGUM legt fest, wie das Training und Doping der Leistungssportler zu erfolgen hat. Dafür werden sogenannte Anwendungskonzeptionen erarbeitet. Daran beteiligt die Ärzte in den Leistungssportclubs. Es war in unserer Abteilung Club 1 das normalste der Welt. Es waren mehrere Zimmer. Im Nachbarzimmer saß Sektionsärzte Wasserspringen und Volleyball. Hinten im Zimmer zwei Sektionsärzte Leichtathletik. Es war so ein Team beim Oberarzt, im Oberarztzimmer mit einer großen Ecke, wo wir alle Platz nehmen konnten, wenn Besprechung war. Da stand der Panzerschrank, da war dieses Depot drinne. Und dort wurde ausgegeben, was angeordnet wurde. Niemand darf etwas erfahren. Die Beteiligten verpflichten sich schriftlich zum Schweigen. Es darf nur weniger Eingeweihte geben. Der Rostocker Verbandstrainer Klaus Rudolf gehört dazu. Also zur Verschwiegenheit waren wir alle mal verpflichtet. In der ganzen Bandbreite. Da spielte das eine Rolle mit. Und der Kader, die mit den Dingen befasst waren, mussten nochmal extra unterschreiben. Und es sollte mich nicht wundern, wenn ich das auch mit unterschrieben habe. Grundlage für das DDR-Doping ist der Staatsplan 1425. Das DDR-Doping-System wird flächendeckend politisch angeordnet seit 1974. Erfolge müssen zuverlässig geliefert werden. Auf der Bahn des Erfolgs. Und im Ziel. Naja, und das sieht doch schon ganz gut aus. Sie wird am häufigsten verabreicht. Die blaue Oral-Turinabol-Tablette. Ein Präparat des VEB Jena Farm. Also ich habe vorwiegend die 5 Milligramm, also die blauen Koteletts, wie wir umgangssprachlich gesagt haben. Es waren auch hin und wieder mal die 2 Milligramm dabei. Ich erinnere mich, ja, zu Anfang wurde uns das in die Hand gegeben und ihr sollt's nehmen. Also wenn man besonders viel trainiert, war das. Und im Trainingslager hat man ja immer besonders viel trainiert. Und da wurden einem die blauen, kleinen, manchmal auch rosa kleinen Tabletten verabreicht. Zwei Wochen, drei Wochen und dann wurde's abgesetzt. Und dann war man, da hat man auch so einen Sprung gemerkt, dass man, dass so, dass ich schneller wurde. Es gab eigentlich grundsätzlich drei Einnahmezyklen. Der erste begann, ich sag mal, in Vorbereitung der jährlichen Hallensaison, so im Dezember, Januar. Der zweite Einnahmezyklus kam dann im späten Frühjahr, also so in den Monaten Mai, Juni, zur Vorbereitung auf die Freiluftsaison. Und dann gab's noch einen dritten Einnahmezyklus, der kürzer war als die beiden vorhergehenden, zur unmittelbaren Vorbereitung auf die Wettkampfhöhepunkte. In allen wichtigen olympischen Sportarten wird gedobt. Ab dem Jahr 1974 bekommen insgesamt rund 10.000 Athleten Dopingmittel. Sportmediziner erarbeiten Medikamentenpläne für jeden Sportler. Schnell gibt es die gewünschten Ergebnisse. Die Trainingsbelastungen können deutlich verschärft werden. Akribisch protokollieren die Mediziner und Trainer die Leistungssteigerungen. Man macht immer das, was der sagt. Der Trainer oder die Trainerin macht immer, ist immer hörig. Man macht das, was er sagt, streng dich mehr an, streng sich mehr an, schwimmst jetzt locker, schwimmst jetzt locker. Genau das, was er sagt. Das war normal, dann kam mal die Tablette und ach nee, die nimmst du jetzt nicht, dann nimmst du mal das. Das war ja ein ständiger Wandel, ob das nun mehr war oder weniger, kann ich ja nicht sagen. Also als Ärztin bin ich nicht hingegangen und hab jetzt jedem eine Pille jetzt rausgegeben oder, das war nicht der Fall. Ist alles dann über den Trainer gelaufen, ist ja auch verschleierter, ne, aufmerksamer wird. Wenn man es im Nachhinein betrachtet, schon gewesen, wenn man als Arzt kommt und nun geben, das gibt. Was sind das für Mittel, die für solche Erfolge sorgen? Mit welcher Medikamentenkombination haben die Dopingforscher für Bestzeiten gesorgt? Auffällige Werte bei offiziellen Dopingkontrollen müssen verhindert werden. Heimlich wird deshalb an der Erforschung von Epitestosteron gearbeitet. Ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Namen, EBS, Testosteron, erst bei Ihren Fragen das erste Mal gelesen, ich weiß gar nicht, was das ist. Wissen Sie, was Epitestosteron ist? In einer Stasi-Akte ist es penibel beschrieben. Ein Mittel, das einen Dopingverdächtigen Testosteronwert auf ein unverdächtiges Maß verschleiert. Also ich habe nicht dazu geforscht und wann ist die Publikation gekommen oder wann? Das war die 80er Jahre. Nein. Laut Dokumentenlage weiß er es. Die Stasi-Akte, in der das Dokument zu finden ist, gehört ihm. Deckname Hans-Georg Mayer. Nichts sagen, nichts zugeben. Genauso agiert das System. Auch was die Vergabe der Mittel angeht. Die Präparate dürfen nicht in Originalverpackung ausgegeben werden. So die strenge Vorschrift in der Anwendungskonzeption. Meine Trainerin, die hat mich ins Trainerzimmer gerufen und die hat gesagt, mach mal den Mund auf. Aber ich habe dem alles so vertraut. Also das war, ich habe, meine Eltern waren nicht hier. Ich habe den Trainern vertraut, ich habe den Ärzten vertraut. Das wird schon alles richtig sein. Sie ist also schon Doppelmeisterin und dieses Rennen wird ihr erster Titel. Doch der internationale Vorsprung schmilzt. Und wieder ist es der innerste Zirkel, der die Dopingforschung vorantreibt. Die AGUM mit Professor Gürtler definiert die Aufgabe ganz konkret. Neue, leistungssteigernde Substanzen entwickeln. Ein neues Medikament wird zusammengestellt. Ausschließlich für die DDR-Leistungssportler. STS-646, eine Steroidsubstanz. Fachbegriff Mestanolon. Es geht wohl besser ins zentralen Nervensystem rein, das Mestanolon, und führt zu einer stärkeren psychischen Beeinträchtigung. Der Leistungswille wird gestärkt, die Einsatzbereitschaft wird gestärkt und die Aggressivität wird gestärkt. Das ist, weil diese Substanz offensichtlich besser die Blut-Hirn-Schranke passiert, besser ins zentralen Nervensystem reingingt. Und wenn man dann noch von wissenschaftlicher Seite bekundet bekommt, wir haben das alles im Griff, es kann nichts passieren, dann geht das Ratz-Batz, dass man das anwendet. STS-646, eine Substanz, die es offiziell gar nicht gibt. Sie wird in kleinen Mengen nur für den Sport hergestellt. Man war kein Individuum. Man musste abliefern, man musste Leistung abliefern. Und das ist egal, wer das gebracht hat. Die Forscher wissen, STS-646 verstößt gegen das DDR-Arzneimittelgesetz. Es würde nie klinische Studien von dieser Substanz geben, weil sie nie vorgesehen war für den Einsatz bei Patienten. Sie ist ja als Dopingmittel entwickelt worden, diese Substanz. Und es fehlt die Freiwilligkeit, es fehlt die Einwilligung für jede klinische Untersuchung. Im Rahmen einer Arzneimittelentwicklung braucht man die Einwilligung von Ethikkommissionen, informt Konsent. Derjenige, der das Medikament nimmt, muss genau über Wirkung, Nebenwirkung des Medikamentes Bescheid wissen. Das hat offensichtlich alles nicht stattgefunden. Ergebnisse zu gesundheitlichen Risiken würden erst in fünf bis zehn Jahren vorliegen. Doch STS-646 wird sofort eingesetzt. Uns wurde Blut permanent abgenommen. Wir haben auch diverse Spritzen bekommen. Wir haben uns anfangs gar nicht gefragt, getraut zu fragen, was das jetzt sei oder warum. Wir haben uns einfach vertraut. Wir haben gesagt, ja, das wird schon in Ordnung sein. Sollten Fragen kommen, gibt es eine Standardantwort. Dass man dadurch schneller schwimmen kann, beziehungsweise das Training besser verkraftet. Man kriegt leichter Muskeln. Also unterstützen, Trainingsumfänge abfedern, Verletzungsanfälligkeit herabsetzen. Aber über Nebenwirkungen oder über spätere gesundheitliche Beeinträchtigungen waren die die Regel. Es gibt durchaus Mediziner, die sich weigern, den Athleten die unterstützenden Mittel zu verabreichen. Sie sind sich der Risiken bewusst. Ich habe ja selbst nicht mal empfunden, dass ich ihr was gebe. In dem Sinne, dass ich ihr was Schlechtes antue. Habe ich überhaupt nicht empfunden damals. Also Nebenwirkungen gab es, aber man war der Meinung, man hatte das im Griff. Und ich war auch überzeugt, dass es eben bei den Medizinern in den besten Händen waren. Das sind die Fachleute auf der Strecke. Und war davon ausgegangen, dass sie die Dosierung im Griff haben. Das sind die Anabolika, die Scheinzwitter erzeugt werden. Sportlerinnen sollen nicht mehr interviewt werden. Wegen markanter Stimmveränderungen. Professor Gürtler informiert als inoffizieller Mitarbeiter die Staatssicherheit über Nebenwirkungen. Schreibt, dass er die Probleme bei der Kombination von Testosteron und Mutterkuchenhormon im Griff habe. Also ich habe über Nebenwirkungen diesbezüglich nie was gehört, auch nicht gelesen. Weil diese Nebenerscheinungen dann eigentlich durch den praktischen Sportmediziner im Club hätte registriert werden müssen. Und da hätte sie dann was einleiten müssen. Das ist bei uns nicht angekommen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwie einen Bericht gab über die Häufung von Nebenwirkungen. Wir haben keine Anabolika, die nicht androgene Wirkung auch haben. Und damit haben wir immer Eingriffe in diese Regelkreise, die physiologischen Regelkreise und kriegen Nebenwirkungen. Ärzte und Trainer kennen die gesundheitlichen Gefahren durch das Doping längst. Und machen einfach weiter. Die jungen Sportler selbst können die ungewöhnlichen Veränderungen ihres Körpers zumeist nicht einschätzen. Selten gibt es Ausnahmen. Die Sportlerinnen haben Angst, unfraulich auszusehen. Einige Ruderinnen weigern sich, die Mittel zu nehmen. Daraufhin überredete mich mein Trainer, ich solle doch wenigstens dann eine Tafel Schokolade zum Mittag essen. Weil ich hatte ja nach wie vor das Gewichtsproblem, ich sollte ja zunehmen. Während meiner sportlichen Laufbahn habe ich treu und brav bis zum Schluss meiner Karriere diese Schokolade jeden Tag gegessen. Heute gehe ich davon aus, dass damals Anabolika drin war in der Schokolade. Denn gleichzeitig, das hatte ich auch gemerkt, hatte ich nochmal eine große Leistungsentwicklung. Die hat auch Frank Wodars. Er bekommt jahrelang Medikamente. Startet dank seiner Erfolge auch international für die DDR. Was ich allerdings auch feststellte, was ich aber damals, ich sag mal, eigentlich abgetan habe, als eine normale körperliche Entwicklung, war die Tatsache, dass sich, ich sag mal, während der Einnahmezyklen, ich sag mal, die Hoden verkleinert haben. Das kann so weit gehen, also es geht, wenn es längerfristig in hohen Dosierungen genommen wird, wie es beim Doping oder im Sport hier gerne gemacht wird. Wenn ich dann kann das, wenn es über einen langen Zeitraum hier genommen wird, dazu führen, dass das eine irreversible Hodenatrophie wird. Dass also die Hoden, die dann völlig verschwinden sozusagen, zu kleinen Knubbeln werden und in ihrer Funktion völlig dann niederliegen. Was sind das für Mittel, die derart drastische Nebenwirkungen haben? Welche Substanzen in den Original-Doping-Präparaten führen nicht nur zur Leistungssteigerung, sondern schädigen auch einen gesunden Menschen? Wer Erfolg will, muss früh anfangen. Junge Mädchen werden zum Experimentierfeld für unterstützende Mittel. In einer Verschlusssache berichtet Professor Gürtler Anfang der 80er Jahre über seine Forschung. Eine eineinhalbjährige Studie zur Leistungssteigerung beim Mädchen. Ich habe uns im Wesentlichen mit der hormonalen Kontrastation beschäftigt, also mit der Anti-Baby-Pille auf Deutsch gesagt, weil wir der Meinung waren, dass das Training der Frau unbedingt auch eine Unterstützung gebrauchte. Die Studie dient nur einem Ziel, bereits 14-jährigen Mädchen die Pille zu geben, nur zur Leistungssteigerung. Professor Gürtler und ausgewählte Kollegen berichten schriftlich, es herrsche ein vertretbares Nutzen-Risiko-Verhältnis. Die Methode sei zudem billig, sowie einfach in der Handhabung. Es wurde, erweitert noch gesagt, ganz speziell im Hinblick auf die einzelnen Sportarten, auf die technischen Sportarten, auf die Maximalkraft-Sportarten, Ausdauersportarten, eine ganz spezielle Anti-Baby-Pille zu verordnen. Und das ist getan worden. Gürtler selbst arbeitet laut eines Stasi-Dokuments am Problem der Pille im Rudern. Es geht nicht um die Pille als Empfängnisverhütung, sondern um deren Anabole-Komponente für junge Mädchen. Rudern als Kraft-Maximalsportart. Gürtler empfiehlt im geheimen Forschungsbericht für solche eine Ausdauersportart ein spezielles Steroid-Hormon. Als Cornelia Reichhelm 13 Jahre alt ist, wird die junge Ruderin an die Sportschule nach Berlin delegiert und muss kurz darauf zum Frauenarzt. Als ich dann in dieses Behandlungszimmer kam, ich wusste damit gar nichts anzufangen. Ich war 13, ich wurde damit noch nie konfrontiert, war dann dieser Stuhl von dem Gynäkologen und ich musste mich dann drauflegen, was mir äußerst unangenehm war. Wie gesagt, ich wurde da überhaupt nicht ein bisschen vorbereitet drauf. Ich musste dann eine Untersuchung, eine recht schmerzhafte Untersuchung über mich ergehen lassen und als ich fertig war, bekam ich einen Zettel in die Hand gedrückt und ich müsse die Pille nehmen. Ich hatte natürlich eigentlich überhaupt noch gar keinen Grund. Ich war damals sehr schüchtern und zurückhaltend. Also ich hatte damals auch keinen Freund, wo ich hätte sagen müssen, ich brauche jetzt die Pille. Ja, aber nun sind wir wieder bei dem Problem. Das ganze Netzwerk funktioniert. Der Professor Gynäkologe kommt lächelnd raus. Alle finden die Welt in Ordnung. Und alle, ja, ist okay. Wir arbeiten prima. Auch bei der Vergabe von Oral-Torinabol werden die Sportler immer jünger. Im Rudern sollen sie nicht älter als 15 sein. Die Trainer setzen die Vorgabe um. Sind ihre Sportler bei Wettkämpfen erfolgreich, haben auch sie einen privilegierten Stand in der DDR. Und damit geht es weiter. A-Einlauf, 400 Meter Freistil der Namen auf der Bahn 1, Peckbüchse, Sportklo in Rostow. Auch Peggy Büchse, die nach der Wende zu einer Weltklasse Langstreckenschwimmerin wird, gibt aktenkundig zu Protokoll. Sie bekommt Oral-Torinabol von ihrem Trainer. Da ist sie gerade 15. Es war ja einfach so, dass der Trainer, der hat gesagt, das nehmt ihr, ihr setzt die Mütze auf, ihr nehmt sogar die Antibabypille. Das war mein Trainer, der das bestimmt hat. Und ihr nehmt jetzt diese Tabletten. Sie ist eine der besten Sprinterinnen ihrer Generation. Mit 13 kommt sie zur Sportschule. Vier Jahre später wird sie mit der 4x400 Meter Staffel Junioren-Vize-Weltmeisterin. Unwissentlich gedobt. Heike Haverland. Ja, das ist schon schockierend, dass ich so aufgebaut wurde. Und das war ja ein richtiger Zwang, dass ich die Tabletten bekommen habe. Was hätte ich machen sollen? Hätte ich Sturm laufen sollen? Das einzige Mal, wo ich Sturm gelaufen bin, das war, als ich merkte, das geht nach unten zu den jüngeren Jahrgängen. Und da habe ich es auf die Fresse gekriegt. Es gab da also im Kollegenkreis niemanden, der mal ein Aufbegehren zeigte, wo man vielleicht, vielleicht wäre man ja nicht erwacht, aber vielleicht gut sicher worden wäre. Das war eben überhaupt nicht der Fall. Ein System des flächendeckenden Missbrauchs. Im Geheimen dokumentiert. Schon zwölfjährige Kinder, die über Jahre gedobt werden. Junge Mädchen, denen Antibabypille und Dopingpräparate verabreicht werden. Und das nur zu einem einzigen Zweck. Sie sollen die Besten der Welt werden. Und wenn ich jetzt die Pille zusammengebe mit Mesthanolon zum Beispiel, was ebenfalls 17-Alpha-Methyliert ist, dann additiv oder potenziere ich die hepatotoxische Wirkung. Und wenn man das kombiniert, dann ist das eben problematisch. Die Erkenntnis war da, dass man also neben der Antibabypille durchaus auch Anabolika verordnen oder geben konnte. Das ist durchaus möglich gewesen und ist auch gemacht worden. Und zum Nachteil für die sportliche Entwicklung war es keinesfalls. Sportlich entwickelt sich Heike Haverland gut weiter. Gesundheitlich nicht. Und dann war ich ins Klinikum, bin ich ins Klinikum gefahren und dann haben sie einen Bibel gemacht und hat gleich die Ärztin erkannt, dass es ein Tumor ist am rechten Eierstock. Also ich konnte das irgendwie gar nicht realisieren. Also ich war 18 und von da an war mir klar, jetzt höre ich auf. Nicht bei allen Sportlern treten die Schädigungen so schnell ein. Cornelia Reichhelm absolviert mit Hilfe der Medikamente Trainingsumfänge, die sie mit 13 Jahren körperlich eigentlich gar nicht aushalten kann. Es war ja anfangs so, dass ich unwahrscheinlich gerne auch diesen Sport gemacht habe, auch viel und hart trainiert habe. Aber es wurde ja in dem Zuge, wo ich etwas bekommen habe, wurde ja gleichzeitig das Trainingsniveau permanent erhöht. Also es ging nicht darum, dass wir auf dem gleichen Niveau weiter trainieren sollten, damit es uns besser geht, sondern permanent draufgepackt, das Training. Sie ist erfolgreich, gewinnt Regatten und gehört zu den Besten. Den Verschleiß ihres Körpers bemerkt sie so jung noch nicht. Sie vertraut den Ärzten und Trainern, die ihr die unterstützenden Mittel geben. Wenn der Trainer an mich herangetreten ist, also immer alleine, und dann hieß es immer, erzählt das aber keinen, das darfst du niemandem sagen. Und ich wurde auch belehrt, zu Hause nichts zu sagen und dass ich eben mit niemandem drüber reden soll. Und ja, ich habe das gar nicht als Geheimnis gesehen, weil, wie gesagt, es war irgendwo ein Normalzustand. Trainer und Ärzte belügen die Kinder. Erzählen, sie würden nur Vitamintabletten geben. Dann wagte ich mir dann auch mal zu fragen, was das denn ist. Dann habe ich eben so eine Antwort bekommen wie, ja, das ist eine Grippeschutzimpfung oder bei Infusionen, ja, das sind Glucoseinfusionen. Und da möchte ich jetzt auch die Mediziner schützen. Die waren genauso wie wir Trainer integriert in das System. Und der eine wollte Oberarzt werden, und der nächste wollte seinen Stationsraten halten, und der wollte seinen Platz als Stationsraten halten. Und im Sport war es ja auch so, wenn der Oberarzt, wenn der Chef, wenn alle denken, oh gut, wie ihr das macht, wunderbar. Und keiner über andere Sachen redet, dann fährt man immer wieder auf diesem Zug mit. Man bleibt im Waggon drin, und es war auch keiner da, der für mich die Tür aufgemacht hat, wo ich hätte wach werden können. Professor Gürtler, alias I.M. Mayer, berichtet, dass nun sogar ein Nasenspray entwickelt sei, das Testosteron zuführt. Cornelia Reichhelm geht davon aus, dass sie als junge Ruderin Testosteron bekommen hat. Ihre früher geheimen Unterlagen hat sie sich nach der Wende besorgt. Es hat lange gedauert, ich mir wagte, den Brief aufzumachen, als die Unterlagen kamen, weil ich wusste nicht, was mich drin erwartet. Also ich wollte es ja wissen, aber andererseits hatte ich schon irgendwo Angst, weil ich habe ja gemerkt, dass da irgendwas ganz schief gelaufen sein muss. Ich habe den Brief dann aufgemacht und dann sind mir natürlich ganz doll die Tränen übers Gesicht gelaufen, dass ich diese Kennzeichnung gesehen habe. Da war ich 13. Die Dosierung wurde dann genau ein Jahr später von siebenmal Testosteron auf 24 Mal erhöht. Das war natürlich ein Schock für mich. Ja, naja, ethische Fragen spielen schon eine Rolle überhaupt. Es gehört ja auch zur Ethik, die Anwendung so zu dosieren, dass sie wirkungsvoll ist und dass sie ohne Schaden verstanden wird. Was ist nun drin in den alten unterstützenden Mitteln? Was haben Kinder und erwachsene Sportler da unwissentlich bekommen? Die Zusammensetzung der UM untersucht mit den heutigen technologischen Möglichkeiten. Man muss ja zu dem unmittelbaren Nachwuchs immer ein paar Worte mehr sagen, weil sie bei Ihnen, liebe Zuschauer, doch noch nicht so bekannt sind. Der viermal 100 Meter Staffel haben auch DDR-Juniorinnen eine große Tradition. Viermal hintereinander bei Junioren-Europameisterschaften waren wir fort. Da läuft diese Staffel dem klaren Europameistertitel entgegen. Das ist neuer Junioren-Europarekord. Die Zeit bleibt stehen bei 43,77. Sportliche Erfolge. Basierend auf einem Doping-System, das flächendeckend und staatlich organisiert ist. Akribisch ausgetüftelt von Wissenschaftlern und Medizinern, die einen hypokratischen Eid geleistet haben. Wir sprachen ja vorhin, ich sag mal, über den Gewebeschwund an den Hoden während der Einnahme von Oral-Turin-Abol. Und 1998 passierte es mit einem Mal, dass ich meinen linker Hoden ständig vergrößerte und auch Schmerzen bereitete. Und ich habe so den ersten leisen Verdacht gehegt, dass vielleicht ein mittelbarer Zusammenhang zwischen, ich sag mal, dem Medikamentenmissbrauch an mir und meiner Erkrankung hergestellt. Und nachdem dann, ich sag mal, Blutbild, CT und alles sowas gemacht wurde, stand eigentlich der Befund fest, also das ist ein Seminom. Das ist also ein Karzinom am Hoden, ja, Vorlag. Und dieses operativ entfernt werden muss. Wissen Sie, das sind jetzt, wie viele Jahre her? Na, 25 hatten wir vorhin gesagt. Da kann sich natürlich vieles auch an bösartigen Dingen entwickeln. Und ob man das unbedingt mit den Anabol-Steroiden in Verbindung bringen kann, ich finde auch überfragt. Überfragt ist damals niemand aus der AG unterstützende Mittel. Man müsse sich für mögliche Regressansprüche wappnen, heißt es schon Ende der 70er. Das staatliche Doping-System und die DDR sind Geschichte. Die leiden der Sportler nicht. Mit unterstützenden Mitteln trainiert Cornelia Reichhelm jahrelang über die Belastungsgrenze hinaus. Schon mit 17 Jahren hat sie einen schweren Bandscheibenvorfall. Klinische Bilder zeigen heute, ihre Halswirbelsäule ist dauerhaft schwer geschädigt. Ihr ganzes Leben ist sie auf die stützende Halskrause angewiesen. Er sagte mir auch, das sieht ja aus wie von einer 125-Jährigen, die Wirbelsäule. Dann korrigierte er sich und sagte, ja, das geht ja gar nicht, ich habe ja noch nie so eine Wirbelsäule gesehen. Ein medizinisches Gutachten bestätigt ihr einen Zusammenhang zwischen den unterstützenden Mitteln und ihrem jetzigen Gesundheitszustand. Als er dann die Untersuchung machte, dann kamen mir schon auch während der Untersuchung die Tränen. Denn ich habe auch diesen Missbrauch wieder empfunden. Es stellte sich heraus, dass die mittlere Herzwand nach wie vor, selbst nach 30 Jahren, noch viel zu dick ist. Und er hat dort eindeutig die Schlussfolgerung auf massiven Anabolika-Missbrauch gezogen. Ich habe Blutdruck, der hoch und runter springt. Ich habe Sehstörungen dann dabei, wenn es ganz krass wird. Und leider wird es immer häufiger. Ja, es zieht einem natürlich voll die Füße weg, bis hin, dass ich permanent Wasser lassen muss, weil der Kreislauf es nicht mehr schafft. Er muss praktisch sämtlichen Ballast abwerfen. Das geht dann, ist ein Schmerzzustand, der dann zwei, drei Tage andauert. Dann wird es meistens ein bisschen besser und dann fühlt man sich, als ob man eine Weltmeisterschaft gefahren ist. Also man ist völlig fertig, völlig ausgelaugt. Natürlich auch traurig in dem Moment. Man ist wütend in dem Moment. Ich habe Mitte 30 meine Selbstständigkeit aufgeben müssen. Das heißt auch mein eigenständiges Leben. Leistungssport ist eine unwahrscheinlich harte Beanspruchung. Und viele Mediziner waren eben der Auffassung, dass sie den Sportler, deshalb kam ja auch der Begriff unterstützende Mittel, dass sie den Sportler dahingehend unterstützen können, dass er die Belastung besser erträgt. Das heißt, sie sahen sich wirklich im Auftrag ihrer medizinischen Sache als Hilfeleister auf der Strecke. Cornelia Reichhelm bekommt fünf Jahre lang unterstützende Mittel. Tabletten, Spritzen, manipulierte Schokolade. Ich bin ja immer noch dabei, rauszufinden, was nun wirklich speziell mit mir passiert ist. Die Täter schweigen sich aus. Ich kriege keine Informationen. Man könnte ja vielleicht sagen, gut, die und die Medikamente wurden verabreicht. Vielleicht könnte man irgendwelche Gegenmaßnahmen. Es läuft ja auch viel hormonell ab, dass man da, ja, aber von der Seite bekomme ich gar keine Hilfe, Unterstützung. 13 unterschiedliche Präparate, getestet in zwei Analyseverfahren, auf Wirkstoffe und biochemische Zusammensetzung. Wir haben verschiedene Wirkstoffe in den Präparaten gefunden, wie auch Liponsäure oder Paracetamol. Und auch Magnesium und Kalium an sich ganz unauffällige Sachen, aber eben unter diesen Medikamenten auch zum Teil dann gemischt in den einzelnen Verpackungen drin, die dann den Sportlern gegeben wurden, dann drunter gemischt eben anabolische Steroide, wie Mestranulon und Oral-Turinabol. Die Analyse belegt, unter die harmlos erscheinenden Präparate sind anabolische Steroide gemischt. Die Sportler werden getäuscht. Heike Haverland stellt einen Zusammenhang zwischen ihrem Tumor und den unterstützenden Mitteln nie her. Zwar bekommt sie monatelang rot-schwarze Kapseln. Sie ist sich sicher, das ist ein Calcium-Präparat. Ein Trugschluss, wie sich jetzt herausstellt. Die Analyse ergibt, die Kapsel enthält hochkonzentriertes Mestranulon, ein anaboles Steroid. Also, als ich das gehört habe, es war schockierend für mich, weil ich habe immer geglaubt, also ich habe jeden geglaubt. Also, die Trainer, dass sie mir das untergemuschelt haben, also so Calcium und einfach so gesagt haben, also es ist Magnesium oder Eisen oder was. Und dann kommt da sowas bei raus. Unterstützende Mittel, das Trauma des DDR-Sports. Tumor, Herzschaden, Hodenkrebs sind nur die ersten sichtbaren Spätfolgen einer Kindheit im DDR-Leistungssport. Ein System, dem Medaillen wichtiger waren als Menschen. Man dürfte es unter ethischen Gesichtspunkten nicht geben. Und ja, damit ist gesagt. Ich halte das nicht für ethisch vertretbar, insbesondere Frauen das zu geben. Aber auch Männern, Kraftsportlern, in denen Dosierungen und so weiter, das ist alles ethisch völlig unvertretbar. Auch niedrige Dosierungen, eigentlich ist es ethisch unvertretbar, das zu geben. Die Erfolge lagen ja erstmal auf der Hand. Ich finde, die Goldmedaillen einmal in Erinnerung bringen, nicht von 80, 84 und 88. Da gab es in der kleinen DDR doch drei oder viermal so viele Goldmedaillen wie in der Bundesrepublik. Überall, wo man frühzeitig Leistung haben möchte, besteht die Gefahr. Übrigens gibt es zig Beispiele, wo Eltern das selbst machen, bei ihren Kindern. Wenn mir einer das geben würde, oder ich habe es überhaupt bekommen und muss mit der Unsicherheit leben, was nun kommt, dann wäre genau diese Empörung da. Wie heute die Sportler haben, die schon minderjährig die Mittel bekommen haben oder volljährig, die nicht aufgeklärt wurden. So wäre das ja. Ja, das ist ein trauriges Kapitel. Ich war mit Herz und Seele Sportlerin. Ich habe den Sport geliebt. Ich habe freiwillig meine Jugend hergegeben. Also es ist nicht so, dass ich mich darüber beklage, dass ich meine Jugend verloren hatte. Ich habe meine Jugend nicht verloren. Ich habe den Sport gern gemacht. Aber ich habe mich nicht gern missbrauchen lassen. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Zusammengefasst zu einer einzigartigen wissenschaftlichen Studie. Von unabhängigen Experten durchgeführt. Die hochgeheime DDR-Doping-Forschung. Jetzt reden Ärzte und Trainer über diese Mittel. Deren Wirkung, Nebenwirkung und Zusammensetzung nur sie kannten. Und vor Sportlern und der Öffentlichkeit verschwiegen. Der Aufschwung des Kinder- und Jugendsports, die Sparta-Jahre-Bewegung, ist ja in unserem Land auch nur möglich durch die jahrelange große Förderung durch die Parteien im Staat. Im Sport will die DDR eine Weltmacht sein. Die Überlegenheit des Sozialismus demonstrieren. Dafür sind alle Mittel recht. Die DDR gibt geschätzte 800 Millionen Mark im Jahr für den Leistungssport aus. An der Spitze der Doping-Forschung das FKS, das Institut für Körperkultur und Sport. Koordiniert von der streng geheimen Arbeitsgruppe AGUM. 1974 ins Leben gerufen. Zusammengesetzt aus höchstens acht Medizinern und Wissenschaftlern. Von Anfang an dabei Manfred Höppner und Professor Dr. Hans Gürtler. Ich bin auch da mal aufgetreten. Das weiß ich nur. Das war eine meiner ersten Handlungen, dass Manfred Höppner mich gebeten hatte, über Anabolika als UN zu sprechen. Das war also, wie gesagt, alles 75. Dass ich dann immer noch in seiner Gruppe tätig gewesen sein soll oder anwesend gewesen sein soll, ist mir heutzutage nicht mehr erinnerlich. Die Dokumentenlage sagt etwas anderes. Es ist mindestens eine Aktennotiz wert, wenn er mal fehlt. Unterlagen weisen Professor Gürtler bis 1983 als Mitglied der Arbeitsgruppe aus. Zudem ist er für die Staatssicherheit ein Geheimnisträger. Die AGUM legt fest, wie das Training und Doping der Leistungssportler zu erfolgen hat. Dafür werden sogenannte Anwendungskonzeptionen erarbeitet. Darin beteiligt die Ärzte. Es gab eigentlich grundsätzlich drei Einnahmezyklen. Der erste begann, ich sag mal, in Vorbereitung der jährlichen Hallensaison, so im Dezember, Januar. Der zweite Einnahmezyklus kam dann im späten Frühjahr, also so in den Monaten Mai, Juni, zur Vorbereitung auf die Freilaufsaison. Und dann gab es noch einen dritten Einnahmezyklus, der kürzer war als die beiden vorhergehenden, zur unmittelbaren Vorbereitung auf die Wettkampfhöhepunkte. In allen wichtigen olympischen Sportarten wird gedopt. Ab dem Jahr 1974 bekommen insgesamt rund 10.000 Athleten Dopingmittel. Sportmediziner erarbeiten Medikamentenpläne für jeden Sportler. Schnell gibt es die gewünschten Ergebnisse. Die Trainingsbelastungen können deutlich verschärft werden. Akribisch protokollieren die Mediziner und Trainer die Leistungssteigerungen. Man macht immer das, was der sagt. Der Trainer oder die Trainerin macht immer, ist immer hörig. Man macht das, was er sagt, strengt sich mehr an, strengt sich mehr an, schwimmst jetzt locker, schwimmst jetzt locker. Genau das, was er sagt. Das war normal. Dann kam mal die Tablette und ach nee, die nimmst du jetzt nicht, dann nimmst du mal das. Das war ja ein ständiger Wandel, ob das nun mehr war oder weniger, kann ich ja nicht sagen. Also als Ärztin bin ich nicht hingegangen und hab jetzt jedem eine Pille jetzt rausgegeben oder, das war nicht der Fall. Ist alles dann über den Trainer gelaufen, ist ja auch verschleierter, ne, aufmerksamer wird. Wenn man es im Nachhinein betrachtet, schon gewesen, wenn man als Arzt kommt und nun geben, das gibt. Was sind das für Mittel, die für solche Erfolge sorgen? Mit welcher Medikamentenkombination haben die Dopingforscher für Bestzeiten gesorgt? Auffällige Werte bei offiziellen Dopingkontrollen müssen verhindert werden. Heimlich wird deshalb an der Erforschung von Epitestosteron gearbeitet. Ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Namen, EBS-Testosteron, erst bei Ihren Fragen das erste Mal gelesen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wissen Sie, was Epitestosteron ist? In einer Stasi-Akte ist es penibel beschrieben. Ein Mittel, das einen dopingverdächtigen Testosteronwert auf ein unverdächtiges Maß verschleiert. Also ich habe nicht dazu geforscht und wann ist die Publikation gekommen oder wann? Das ist seit der 80er Jahre. Nein. Laut Dokumentenlage weiß er es. Die Stasi-Akte, in der das Dokument zu finden ist, gehört ihm. Deckname Hans-Georg Mayer. Nichts sagen, nichts zugeben. Genauso agiert das System. Auch was die Vergabe der Mittel angeht. Die Präparate dürfen nicht in Originalverpackung ausgegeben werden. So die strenge Vorschrift in der Anwendungskonzeption. Meine Trainerin, die hat mich ins Trainerzimmer gerufen. Und die hat gesagt, mach mal den Mund auf. Aber ich habe dem alles so vertraut. Meine Eltern waren nicht hier. Ich habe den Trainern vertraut, ich habe den Ärzten vertraut. Das wird schon alles richtig sein. Sie ist also schon Doppelmeisterin. Und dieses Rennen wird ihr erster Titel. Doch der internationale Vorsprung schmilzt. Und wieder ist es der innerste Zirkel, der die Dopingforschung vorantreibt. Die AGUM mit Professor Gürtler definiert die Aufgabe ganz konkret. Neue, leistungssteigernde Substanzen entwickeln. Ein neues Medikament wird zusammengestellt. Ausschließlich für die DDR-Leistungssportler. STS-646, eine Steroidsubstanz. Fachbegriff Mestanolon. Es geht wohl besser ins zentralen Nervensystem rein. Das Mestanolon. Und führt zu einer stärkeren psychischen Beeinträchtigung. Der Leistungswille wird gestärkt. In den Leistungssportclubs. Es war in unserer Abteilung Club 1 das normalste der Welt. Es waren mehrere Zimmer. Im Nachbarzimmer saß Sektionsärzte Wasserspringen und Volleyball. Hinten im Zimmer zwei Sektionsärzte Leichtathletik. Es war so ein Team beim Oberarzt im Oberarztzimmer mit einer großen Ecke, wo wir alle Platz nehmen konnten, wenn Besprechung war. Da stand der Panzerschrank. Da war dieses Depot drin. Und dort wurde ausgegeben, was angeordnet wurde. Niemand darf etwas erfahren. Die Beteiligten verpflichten sich schriftlich zum Schweigen. Es darf nur wenige Eingeweihte geben. Der Rostocker Verbandstrainer Klaus Rudolf gehört dazu. Also zur Verschwiegenheit waren wir alle mal verpflichtet. In der ganzen Bandbreite. Da spielte das eine Rolle mit. Und der Kader, die mit den Dingen befasst waren, mussten nochmal extra unterschreiben. Und es sollte mich nicht wundern, wenn ich das auch mit unterschrieben habe. Grundlage für das DDR-Doping ist der Staatsplan 1425. Das DDR-Doping-System wird flächendeckend politisch angeordnet seit 1974. Erfolge müssen zuverlässig geliefert werden. Auf der Bahn des Erfolgs. Und im Ziel. Naja, und das sieht doch schon ganz gut aus. Sie wird am häufigsten verabreicht. Die blaue Oral-Turinabol-Tablette. Ein Präparat des VEB Jena Farm. Also ich habe vorwiegend die 5 Milligramm, also die blauen Koteletts, wie wir umgangssprachlich gesagt haben. Es waren auch hin und wieder mal die 2 Milligramm dabei. Ich erinnere mich, ja, zu Anfang wurde uns das in die Hand gegeben und ihr sollt's nehmen. Also wenn man besonders viel trainiert, war das. Und im Trainingslager hat man ja immer besonders viel trainiert. Und da wurden einem die blauen, kleinen, manchmal auch rosa kleinen Tabletten verabreicht. Zwei Wochen, drei Wochen und dann wurde's abgesetzt. Und dann war man, da hat man auch so einen Sprung gemerkt, dass man, dass ich schneller wurde. Am erfolgreichsten war die Gabe von Oral-Turinabol, wenn man das jemanden gab, der schon am Treppchen klopfte. Ich hatte drei Chemo-Terrogien gehabt und das war das Schrecklichste, was ich erlebt habe. Was ich allerdings auch feststellte, dass sich, ich sag mal, während der Einnahmezyklen, ich sag mal, die Hoden verkleinert haben. Ich erinnere mich, dass dann unser Trainer, dass der mal mitbekommen hat, dass wir dies nicht nehmen, dass er uns die Daten später in den Mund gelegt hat. Nach dem Motto, Gott, wenn wir es nicht machen, die anderen machen es trotzdem und dann schwimmen wir hinterher. Das war ein bisschen so eine Selbstberuhigung. Über die Moral kann man streiten. Da war ich 13. Die Dosierung wurde dann genau ein Jahr später von siebenmal Testosteron auf 24 Mal erhöht. Ich denke schon, dass wir uns nicht unethisch verhalten haben in der Anwendung der unterstützenden Mittel. Diese Kassette sollte es nicht geben. Nie sollte ihr Inhalt in fremde Hände geraten. Fast 30 Jahre alte Medikamente, komplett erhalten. UM genannt. Unterstützende Mittel. Im DDR-Leistungssport die verharmlosende Umschreibung für das Doping. Für diese Dokumentation werden die Originalpräparate analysiert. Mit modernsten Methoden.